Ich erkläre, dass es noch nicht zu spät ist, alles zu vollenden, was Gott mir ins Herz gelegt hat. Ich habe mein Fenster der Gelegenheit nicht verpasst. Gottes Gunst ist in meinem Leben. Er bereitet mich gerade jetzt vor. Er hat seine Gnade freigesetzt, um mir zu helfen, seinen Plan und sein Ziel zu verwirklichen. Dies ist meine Zeit. Dies ist mein Moment. Ich empfange sie heute. Dies ist meine Erklärung. Göttliche Gesundheitsbekenntnisse Ich bin aus dem unvergänglichen Wort Gottes geboren, das lebt und ewig bleibt. Gottes Wort ist mein Leben und gibt meinem ganzen Fleisch vollkommene Gesundheit. Solange ich in dieser Welt bin, baut das Wort Gottes meinen Körper auf, stellt ihn wieder her und bewahrt ihn in perfektem Zustand. Ich werde haben, was ich sage. Ich bin ganz auf gutem Boden im Hause meines Gottes. Ich blühe wie der Palmbaum in den Garten meines Herrn. Ich trage reichlich Furcht zu meiner Zeit. Ich bin voll von Saft und Grün im Herrn. Und selbst im Alter werde ich noch frisch und blühend sein. Ein Blatt verwelkt mich und alles, was ich tue, gedeiht in Jesu Namen. Im Namen Jesu wird alles für mich gemacht. Ich bin ein Empfänger jeder geistlichen Segnung in Christus Jesus. Ich bin ein Geistwesen. Mein Geist hat eine Seele. Mein Geist und meine Seele leben in einem physischen Körper. Mein Geist befiehlt meiner Seele. Meine Seele hört zu, empfängt und gibt meinem Körper Anweisungen und mein Körper gehorcht. Im Namen Jesu spreche ich zu meinem Körper. Das unzerstörbare Leben Gottes ist in meinem Leben immer sichtbar und ausgedrückt. Ich spreche Leben zu jedem Detail meines Körpers. Ich spreche zu meinem Verstand. Sei vollkommen wie der Verstand Christi. Und ich befehle dir, sei ausgerichtet durch das Wort Gottes. Ich spreche Leben zu meinen Sehnen und Nerven. Ich spreche Stärke zu meinen Muskeln und Bändern. Ich spreche Vitalität zu meinem Herzen. Ich spreche zu meinen Lungen und Geweben, um die normale Belüftung und das Durchblutungsverhältnis aufrecht zu erhalten. Ich spreche Perfektion zu meinen Nieren, meiner Leber und meiner Bauchspeicheltruße. Es ist Leben in jeder Zelle meines Blutes. Meine Knochen, Gelenke und Knorpel sind ausgerichtet stark und fest. Meine gesamten oberen und unteren Gliedmaßen funktionieren exzellent. Meine Augen sehen klar und perfekt und meine Ohren funktionieren optimal. Meine Haut ist glatt und gesund, wie die eines neugeborenen Babys und Gottes Schönheit. Meine Haarfollikel haben sich gestrafft. Ich befehle meinen Haaren an Ort und Stelle zu bleiben. Und wo Wachstum nötig ist, lasse ich Wachse mit meiner Haarfollikel. Meine Zähne, Zahnfleisch, Kieferknochen und die Nerven- und Blutversorgung sind alle gesund, stark und perfekt. Alle meine Hormone und neurochemischen Transmitter sind in perfekter Harmonie miteinander und führen ihre Funktionen normal aus. Mein Verdauungssystem ist in der Lage, alle aufgenommenen Nahrungsmittel zu verdauen, zu absorbieren und zu assimilieren. Und die Stoffwechselprodukte werden regelmäßig ausgeschieden. Ich nehme alle Arten von Süchten, Alkohol, Nikotin, Drogen, Ingen, übermäßiger Genuss in Bezug auf Essen, Technologie, Medien, Prokrastination, Klatsch, Faulheit, Verschlafen, Lethargie, zwanghaftes Kaufen und jede Art von übermäßigem Genuss in Gefangenschaft und in Gehorsam zu Christus. Wie Jesus ist, so bin ich. Alles, was Gott erschaffen hat, ist für mich Leben und Heilung. Deshalb haben Allergien gegen Nahrungsmittel, Staub, Tiere und so weiter keine Macht über mich. Denn Gott hat mir die Herrschaft über die ganze Erde gegeben. Ein Fortpflanzungssystem produziert und deponiert eine ausreichende Menge und gute Beweglichkeit der Spernien. Mein Fortpflanzungssystem produziert rechtzeitig Eizellen, schützt und ernährt den Fötus bis zur Geburt. Jedes Organ, jedes Gewebe meines Körpers funktioniert in der Vollkommenheit, zu der Gott es geschaffen hat, um zu funktionieren. Und ich verbiete jede Fehlfunktion und Missbildung in meinem Körper in Jesu Namen. Amen. Ich befehle den elektrischen und chemischen Frequenzen, in jeder Zelle meines Körpers in Harmonie und im Gleichgewicht zu sein und die schlechten Zellen zu verdauen. Meine gesamte menschliche Anatomie, Stoffwechsel und Physiologie ist vollkommen in Christus Jesus' Herrlichkeit. Halleluja, Amen. Gott, der Vater liebt mich. Ich weiß, ich weiß. Gott, der Sohn liebt mich. Ich weiß, ich weiß. Gott, der Geist liebt mich. Ich weiß, dass ich es weiß. Shalom. Amen. Amen. Amen.